Mit der eigenen Arbeit eine Lebensunterheit zu verdienen, schafft soziale Beziehungen und es gibt Selbstbewusstsein. Sie wissen aber auch, dass es für viele Menschen mit Behinderungen beziehungsweise Beeinträchtigungen oftmals nicht möglich ist, in Arbeit zu kommen und eine gute Arbeit zu haben, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Untertitelung. BR 2018 Verbunden mit der Tatsache, dass dieses Netzwerk in allen Regionen Österreichs tätig ist, zu verschiedensten Themenstellungen, zeigt das die sozialpolitische Relevanz. Die drei Bs sind Bildung, Barrierefreiheit, Beschäftigung. In dem Zusammenhang auch immer lade ich Sie ein, beharrlich zu bleiben, um Ressourcen bereitzustellen, damit auch eine Weiterentwicklung, eine qualitätsvolle Weiterentwicklung möglich ist und wird. Immer alles hängt von Personen ab und da sind wirklich die richtigen Personen am richtigen Platz tätig.